Hallo, mein Name ist Matthias Katererbeck. Mein Name ist Herbert Koseck-Lank. Wir sind hier in der Lastvorteilerzentrale von Wiener Wasser. Unsere Tätigkeit ist es in 24 Stunden das Wasser zu verteilen und zu speichern. Unsere Maßnahmen gegen das Coronavirus war es, dass wir seit dem 13. März gemeinsam diesen Dienst versehen. Unser Appell an euch ist es, bitte bleibt zu Hause, minimiert so wie wir es tun die sozialen Kontakte. Danke. Nein, nicht so schlecht. Fahrzeug kürzer.